Guten Abend, sehr verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich spreche heute zu Ihnen, weil dieses Thema mir einfach keine Ruhe lässt und ich muss es mir von der Seele reden. Und zwar handelt es sich um Todesursachen, die einfach so unnötig und saudumm sind, dass Leute, die an sowas oder von sowas sterben und ihr Leben lassen, denen es einfach nicht zu helfen. Weil wer so saudumm ist, der hat auf dieser Welt einfach verschissen, Pech gehabt. Also, um dies zu veranschaulichen, hier mal einige Beispiele. Als erste saudumme Todesursache. Von einem Zombie oder einer Mumie ermordet zu werden. Das muss man sich erstmal bildlich vorstellen. Ein Zombie, der läuft doch erstmal so langsam und unsicher und dann noch mit ausgestreckten Armen. Also, wer da nicht entkommen kann, das gibt es doch überhaupt gar nicht. Also, man steht einfach auf und läuft weg und fertig. Da muss man doch nicht warten, bis diese Viecher einen um den Hals grausen und dann die Luft abdrehen. Also, das gibt es doch nicht. Saudumm, muss ich sagen. Hier eine weitere saudumme Todesursache. Von einem Schnellzug überrannt zu werden. Hat man denn noch Nerven? Also, jedes Mal, wenn ich sowas in der BZ lese, da wird mir so schlecht. Ein Schnellzug, ja klar ist der schnell, aber den hört man doch schon vom Weiten kommen. Und wenn der sich nähert, ist doch genug Zeit, von dem Gleis runter zu gehen. Oder vielleicht gar nicht erst rauf zu steigen und da sitzen zu bleiben. Es ist doch einfach nicht zu fassen, wenn jemand so ums Leben kommt. Also, einfach zu doof für diese Welt. Und, hier weiter auf meiner Liste, in der Badewanne durch ein stromgeladenes Haushaltsgerät einen tödlichen Elektroschock erleiden. Hören Sie mal. Müssen Sie denn unbedingt gleich neben der Badewanne einen Toaster haben, zum Beispiel. Können Sie nicht warten, bis Sie fertig sind mit Ihrer Planschkoutine und dann gehen Sie in die Küche und machen sich einen Toast. Oder, was gibt es noch alles? Haareföhnen. Das hat doch alles Zeit. Das muss doch nicht unmittelbar mit dem Badewasser zusammenhängen. Also, wieder mal. Wer so ums Leben kommt, also, da habe ich einfach keine Worte. Weiter auf meine Liste. Von einem exotischen Haustier getötet zu werden. Nun, hören Sie doch mal zu. Können Sie nicht ab und zu mal in den Zoo gehen und sich die Tiere angucken? Wieso müssten Sie einen Orang-Utan in Ihre Zwei-Zimmer-Wohnung unterbringen? Das ist doch totale Schwachsinnigkeit. Na, logisch kriegen die irgendwie mal einen Rappel und hauen ihn eins aufs Dach. Ja, und wenn Sie denn tot sind, brauchen Sie sich auch nicht wundern. Oder ein Tiger im Käfig hinten im Garten. Das muss doch alles nicht sein. Was weiß ich. Elefanten und Affen und Bären vielleicht auch noch. Ja, die sind ganz süß und knüttelig, wenn sie klein sind. Die werden aber groß und die fressen viel. Und irgendwann haben Sie immer die Schnauze voll, da rumzutanzen für Ihren Mittagessen oder was. Nee, kein Verständnis. Weiter. Sich während extrem oder nie versehentlich zu erhängen. Also wissen Sie was? Dazu sage ich ja nicht. Also die Überschrift alleine dürfte Ihnen doch eigentlich reichen. Das müssen Sie sich selbst ein Bild von machen. Und wie bescheuert das ist, so zu sterben und das dann am nächsten Tag in der Zeitung zu lesen. Nee. Denn auch noch, also hier auch wieder mal. Tödliche, tödliche Verletzungen zugezogen, weil man sich eingebildet hat, dass man mit einem Sexkult-Video vielleicht reich und berühmt wird. Aber stattdessen lediglich in der BZ auf Seite 24 kann man dann lesen, was passiert ist. Also das kaputtgerissen, was weiß ich, weil man sich eben mit dem Pferd nicht einlässt und dann versucht da zu verfilmen. Also bescheuert. Ein so bescheuerter Plan bedarf besserer Vorbereitung. Oder besser noch, sofortiges Abschminken solcher Ideen. So, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, jetzt haben Sie mal meinen Standpunkt hier so ein bisschen gehört, wie das also zu der Sache steht. Und ich kann Sie nur dringend aufrufen und ermahnen, doch bitte solchen Situationen auszuweichen. Dass ich nicht irgendwie wiederhören muss, dass irgendjemand also auf so eine ganz, ganz dumme und hirnlose Art ums Leben gekommen ist. Und wir sind vielleicht 80 Millionen, aber jeder Einzelne, der so abnippelt, ist zu viel. Und das ist einfach peinlich und dem muss Abhilfe geschaffen werden. Und ich hoffe, dass Sie mir da übereinstimmen. Und ja, denn erstmal gute Nacht fürs Erste. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend.